So, erstmal ein frohes neues Jahr an alle Zuschauer. Wir, ja, hat sich nicht viel getan bei uns. Ihr habt ja die letzten Wochen immer die Blogs weiter verfolgt, hoffe ich. Und viele Stücke und so. Wir proben jetzt bereits für das nächste Stück Mütter. Viele Zuschauer werden sich fragen, wer ist eigentlich der nette junge Mann da auf Gniches rechter Seite? Oder links von heute aus? Das ist der Andreas. Hepfer, Hepfer der Andreas. Hallo. Man weiß es nicht, die goldenen Gnicheshow-Gucker kennen den. Und den auch. Der hat schon mal bei uns aufgetreten. Ingen. Der ist schon mal bei uns aufgetreten. Ja, den kennt vielleicht auch. Aber dazu kann man sagen, ich habe auch schon mit der goldenen Gnicheshow aufgetreten und zwar ungefähr so. Genau. Ja, ansonsten tut sich gerade nicht viel, außer dass wir hier proben bei Mütter. Und das ist eigentlich eine ganze Menge. Aber hallo. Könnt ihr ja gleich mal reinhören. Auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Ja. Mein Fuß tut mir weh. Sein Fuß tut ihm weh. So, hier jetzt mal eine Kostprobe der Probe. Wohlbemerkt ist es die Probe. Wir haben das Lied heute zum ersten Mal gemacht. Sozusagen eine Kostprobe. Ich weiß nicht. Ja, von hinten nach vorne scheiße. Wir müssen irgendwo mal eine Genereipause machen, weil ich wetten muss. Eins, zwei, drei. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein Freund, ein Freund, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Ein Freund, ein Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Ich hoffe, dass ihr euch das Stück anguckt. Im März ist soweit der Vorverkauf hat begonnen. Nur mal blenden wir hier unten ein. Genau. Kommt vorbei und dann bis zum nächsten Block, würde ich sagen. Adios.